DeFi, neue Welt, neue Möglichkeiten, Gymnetwork, vormals Gymtoken, sichert sich einen Platz unter den aktuellen Top-Defa-Projekten. Mit einem ausgeglückigten Affiliate-Programm und der permanenten Verfügbarkeit des Investments möchte sich das Projekt von anderen Projekten abheben. Ob dies Gymnetwork gelingen kann und wie sich das Projekt auszeichnen wird, werden wir in diesem Video beleuchten. Was ist Gymnetwork? Gymnetwork wurde am 25. März 2022 gestartet und ist die Weiterentwicklung von Gymtoken, das letztes Jahr im September 2021 gelauncht wurde. Es handelt sich um eine hochinnovative DeFi-Plattform, die als erste das Affiliate-Marketing in das dezentrale Finanzwesen einführt und es dem Nutzen ermöglicht, Provisionen, also auf Deutsch gesagt Profit-Shares zu verdienen, indem sie andere werben, während sie selbst von der Plattform profitieren. Gymnetwork ist ein vollständig dezentrales Protokoll, das auf der Binance Smart Chain arbeitet. Es kombiniert optimale Renditen mit hohen Belohnungen für seine Benutzer. So erhalten Investoren einen einfachen Zugang und sparen mit dem Lieferprojekt eine Menge kostbarer Zeit. Darüber hinaus können die Nutzer auch Provisionen, also Profit-Shares verdienen, indem sie neue Mitglieder für Gymnetwork werben. Was die Sicherheit angeht, wurden die Smart Contracts von Zerti geprüft, einem führenden Anbieter von Vertragsprüfungen, der bereits führende Kryptowährungsbörsen wie Binance und OKEx geprüft hat. Das Projekt in Zahlen 19 Millionen Dollar Gesamtwert innerhalb zwei Wochen nach dem Restart. Innerhalb von zwei Wochen nach dem Restart hat der TVL bereits 19 Millionen US-Dollar überschritten und bewegte sich schnell auf 20 Millionen Dollar zu. Das bedeutet einen durchschnittlichen Einzahlungswert von mehr als 1,3 Millionen US-Dollar pro Tag. Mittlerweile liegt der Einzahlungswert im BNB Vault über 30 Millionen US-Dollar. Diese Ergebnisse zeigen, dass Anleger das Potenzial von Gymnetwork erkennen und das System lieben. Die Einfachheit durch automatisiertes Scaling durch die Kombination verschiedener Produkte innerhalb des Gym Metaverse macht es für den Durchschnittsnutzer viel einfacher, sich an einem DeFi-Raum anzupassen und das Beste aus der DeFi-Welt mit geringem Aufwand und Risiko dabei herauszuholen. Gymnetwork lässt ehrgeizige Ziele in der Roadmap erkennen, die bis ins Jahr 2024 reichen, mit der Vision einen Metaverse zu bilden, welches ein Ökosystem verschiedenster eigens entwickelter DeFi-Produkte kombiniert und seinen Nutzen dadurch einen sicheren Raum bietet, alle Vorteile auf einfache Weise zu nutzen. Dadurch entfallen nicht nur Kosten, die durch die Kombination der gleichen Produkte über Drittanbieter entstehen, sondern es bietet auch einen großen Vorteil im Bereich der Anlagesicherheit in Bezug auf andere Systeme, die solche Verhältnisse nur über sogenannte Bridges bewerkstelligen können und in der Vergangenheit schon mehrmals gezeigt haben, dass diese hohes Verlustrisiko aufweisen und schon mehrmals Opfer von Hackangriffen wurden. Der Schaden geht bereits in hunderte Millionen Euro. Bei Gymnet wird dieses Risiko durch die Implementierung über das Metaverse ausgeschlossen. Als nächstes sind zwei neue Vaults geplant, einmal ein BOSD und zum zweiten ein Ethereum Vault. Anschließend hat sich das Team dann vorgenommen, sich das Metaverse und Play2earn zu konzentrieren. Was macht Gymnetwork so einzigartig? Die Einzigartigkeit, die Gymnet neben der Bereitstellung verschiedener Blockchain-Produkte innerhalb eines Systems, ist die Implementierung eines ausgeklügelten Affiliate-Programms, welches bis in die 16. Ebene Gewinnbeteiligung an die Teilnehmer direkt ausschüttet. Dies könnte für alle Affiliate-Marketer, Anlageberater und Versicherungsvertreter der goldene Einstieg in den Kryptomarkt bedeuten. Hier wird das Affiliate-System kurz erklärt. So, wie funktioniert eigentlich der Affiliate-Plan von Gymnetwork? Wir haben hier bis zu 16 Level Profitshare und das werden wir uns gleich ansehen. Das heißt, wir sehen hier Level 1 10%. Wie funktioniert das? Jetzt gehen wir mal davon aus, dein Partner Paul schreibt sich ein in der ersten Ebene und der Paul investiert 25 BNB ins Gymnet Vault. Wenn er nach ein paar Tagen dann seine 1000, nehmen wir mal an, er zahlt sich 1000 Gymnets aus, bekommst du 10% von dem, was er ausgezahlt hat in dein Metamask sofort gutgeschrieben. Das heißt, es wären insgesamt 100 Gymnets. Wir schauen jetzt mal die Rewards-Estimate von der ersten Ebene an. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast ein Gesamtvolumen von einer ersten Ebene von 100.000 US-Dollar. Jetzt sehen wir hier APR, das ist, wenn man seine verdienten Gelder nicht reinvestiert. Also das heißt, die 55 Dollar, die kommen vom BNB Vault. Die 958 Dollar, die ergeben sich dann, wenn deine Partner direkt ihre Rewards, also ihre Verdienste auf ihr Metamask auszahlen. Es ergibt sich dann ein Gesamtbetrag von 1013 US-Dollar in einem Monat. APY, das nennt sich APY, sobald das Ganze reinvestiert wird. Das heißt, 54 Dollar, die bleiben bei der BNB Vault, weil die von Alpaka kommen. Und die 1667 US-Dollar, die entstehen dann, wenn du deine verdienten Gelder wieder reinvestierst. Das ergibt dann ein Monatseinkommen von 1721 US-Dollar. Die Gymnet-Tokenomics gibt jedem Nutzer die Möglichkeit, immer wieder langfristige Belohnungen, sogenannte Rewards, zu verdienen. Sie basieren auf der Entwicklung der Gymnet-eigenen Projektentwicklung, wie zum Beispiel dem Konzept der Vaults und der Entwicklung der unabhängigen Metaverse-Plattform, die dem Nutzern Zugang zu allen Gymnet-Entwicklungen innerhalb eines hermetischen Systems ermöglicht. Interessant ist auch, dass alle Tokenhalter durch jeden durchgeführten Trade auf einem der Exchanges ebenfalls kommissionbasierend auf dem sogenannten Investor-Level erhalten, welche durch das Halten von mindestens 2500 Gymnet-Token in der eigenen MetaMask-Wallet aktiviert wird. Da ein wesentlicher Aspekt eines jeden Krypto-Projektes in der Sicherheit und der Stabilität der Blockchain liegt, werden auch hierzu essentielle Sicherheitsaspekte adressiert, welche sich in der folgenden Darstellung wie folgt aufschlüsseln. Hier zeigt sich auch gleichzeitig der erhebliche Vorteil des Erfilt-Programms im Vergleich zu den herkömmlichen Systemen, welche rein mathematisch immer dazu verdammt waren, irgendwann in sich zusammenzubrechen bzw. immer nur jenen in der Kette die meisten Profite zusicherte, welche früher eingestiegen sind. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass durch die Kombination der Blockchain-Technologie in Verbindung mit dem Affiliate-Konzept erst erstmalig möglich gemacht wird, Investoren, die neu dazu gekommen, ebenfalls die gleichen Profitchancen zu geben, wie Projektteilnehmer, welche seit dem ersten Tag mit dabei sind. Die Gymnet Vault Das erste verfügbare Produkt innerhalb dieses Metaverse-Ökosystemen für Investoren ist die Vault, welches es den Nutzen ermöglicht, Kryptowährungen zu deponieren, sprich BNB, und dafür einen sehr attraktiven Zinssatz auf täglicher Basis zu erhalten. Die Funktionsweise der Vault äußert sich darin, sich mit anderen etablierten DeFi-Plattformen wie Alpaca Finance zu verbinden, die es den Benutzern ermöglicht, nicht nur von diesen anderen Plattformen angebotenen Zinssatz zu verdienen, sondern darüber hinaus auch Gymnet Rewards direkt über die eigene Plattform. Der erste Gymnet Tresor bzw. Vault ist ein Wrap BNB Tresor. Um an diesen Tresor zu partizipieren, werden Wrap BNB eingesetzt. Dies ist ein sehr einfacher und kostengünstiger Prozess und passiert automatisch über die Plattform, wenn man BNBs in der Vault hinterlegt. Einzahlungen sind ab 0,05 BNB möglich und zu 100% jederzeit verfügbar. Dies stellt einen der attraktivsten Bestandteile des Systemupdates im Vergleich zu ähnlichen bereits bestehenden Projekten dar, da das sogenannte Initialinvestment unangetastet bleibt und jederzeit im vollen Umfang wieder abgehoben werden kann. Das bedeutet, man hat zu jeder Zeit vollen Kontrolle über sein eingesetztes Kapital. Die wöchentlichen Zinsquoten für Investoren teilen sich in Wrap BNB und Gymnet auf. Die prozentualen Wrap BNB Renditen hängen von folgenden Faktoren ab. a. Dem investierten Gesamtbetrag in der Vault b. Dem Multiplikator angewandt von Alpaka oder dem Eigentümer der Vault c. Der Preis von BNB beeinflusst auch die Rendite. Man verdient ja BNB Token, also je wertvoller sie sind, desto mehr Dollar oder Euro verdient man. Die prozentualen Gymnet Renditen hängen von der Höhe des Gesamtkapitals in der Vault ab, da 22%, also sprich 88 Millionen der ermitteten Tokens unter all den Vault-Investoren aliquot der investierten Summe aufgeteilt werden. Der gesamte Prozess, Kapital in eine Vault zu investieren, ist dabei sehr einfach und unkompliziert gestaltet. Gymnet Rewards mit Yield Farming maximieren Während die Vault es erlaubt, einen einzelnen Vermögenswert wie BNB zu hinterlegen, um Zinsen und Rewards daraus zu generieren, hat man in diesem Aggregator die Möglichkeit, Erträge weiter zu erhöhen, indem man auf einem Pool auf PancakeSwap der dezentralen Börse, wo Gymnet gehandelt werden kann, Liquidität hinzugefügt. Hier kann man die sogenannten LP Tokens, die man als Gegenleistung für die Bereitstellung von Liquidität in Form des BNB Gymnet Handelspaares erhält, in den Gymnet Work Farming Vertrag einsetzen und damit zusätzliche Gymnet Rewards generieren. Das Hinzufügen von Liquidität kann ganz einfach über die Farming-Seite auf der Gymnet Work Plattform erfolgen. Im Investor-Dashboard kann man unter Total Staked die Menge an Gymnet Token sehen, die der Liquidität dieses Marktes hinzugefügt wurde. Unter My Stake sieht man dann, wie viel von dieser Liquidität vom Investor selbst bereitgestellt wurde. Die Rewards für die Bereitstellung von Liquidität sieht man transparent unter Unclaimed Gymnet. 4% Einzahlungsgebühr, also Steuern geht an das Buy-Back- und Burn-Programm, welches zur Preisstabilität des Tokens beiträgt. Das Clement funktioniert ebenfalls sehr unkompliziert mit nur einem Klick direkt über die Plattform. Das Team von Gymnet Work besteht aktuell laut Aussagen aus 30 Mitgliedern, wobei öffentlich nur folgende Personen in Erscheinung treten, wie zum Beispiel Alberto Mera. Alberto Mera kommt aus Spanien, hat im traditionellen Finanzwesen seine Erfahrungen gesammelt und war bereits bei Projekten, also ICOs, die heute noch erfolgreich am Kryptomarkt vertreten sind, unter anderem auch mit Veracity und Thron mit dabei. Der Lewis Mlanger ist Marketing- und Salesmanager bei Gymnet Work. Timo Öztürk aus Deutschland ist Community-Manager bei Gymnet Work. Grundsätzlich ist es so, dass es bei Projektbewertungen im Kryptobereich zu den wichtigsten Eigenschaften eines soliden Projektes zählt, wenn sich das Team präsent und transparent zeigt. Kommen wir zur Sicherheit von Gymnet Work. Gymnet Work, so wie jedes andere Krypto-Projekt, heute welches sich um Seriosität bemüht, kommt um den Sicherheitsaspekt seines Unterfangenens nicht herum. Vor kurzem ist in diesem Zusammenhang auch das Projekt-Audit von Certik und PackShield fertiggestellt worden. Unser Fazit Gymnet ist für mich persönlich eine relativ junge, aber dennoch gelungene DeFi-Affiliate-Plattform. Ich bin von dem Projekt überzeugt, weil die Plattform uns die Chance gibt, flexibel zu sein. Was mir an Gymnet Work wirklich gefällt, ist die Tatsache, dass ich bei geringem Risiko hohe Gewinne erzielen und jederzeit auf mein Geld zugreifen kann, wann immer ich will. Außerdem gibt es auch Menschen, die beispielsweise als reine Investoren agieren und kein Marketing betreiben wollen und das Schöne ist, dass Gymnet absolut niemanden zwingt, Teamaufbau zu betreiben. Trotz alldem muss ich sagen, dass es das perfekte Konzept für Affiliate-Marketer, Anlageberater und Investmentmakler ist. Die meisten Krypto- oder DeFi-Plattformen zwingen Menschen dazu, Team- oder Netzwerkaufbau zu betreiben. Das ist bei Gymnet glücklicherweise nicht der Fall. Ein weiterer positiver Punkt bei Gymnet ist der, dass wir nicht gezwungen sind, irgendwelche Tokens zu kaufen, sondern investieren direkt Binance-Tokens und erhalten eine Ausschüttung in BNB und zusätzlich erhalten wir auch Gymnet-Tokens. Das Wachstumspotenzial von Gymnet ist meines Erachtens gegeben. Sollten Sie nur 50% das einhalten, was Sie in der Roadmap versprochen haben, gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren einen enormen Preisanstieg erleben können. Meine Preisprognose liegt in den nächsten ein, zwei Jahren zwischen 2 und 3 US-Dollar pro Token. Das White Paper ist gut ausgeschrieben, aber es fehlt mir etwas an Details, vor allem was das Metaverse, NFT und Launchpad angeht. Die Risiken des Smart Contracts sind wie bei jedem anderen Krypto-Projekt ebenfalls gegeben. Allerdings zeigt das Outit von Certik hier einen sehr positiven Charakter. Ein Hack kann nicht nur bei Gymnet stattfinden, sondern auch auf anderen Plattformen. Es ist wichtig, diese Risiken im Hinterkopf zu behalten und strategisch und clever mit dem Investment vorzugehen. So liebe Community, das war unser Gymnet Review. Falls Ihnen dieses Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben und abonniere unser Selfmates Channel. Meine Frage an dich, wie waren deine bisherigen Erfahrungen mit Gymnetwork? Du kannst im Kommentarfeld unten deine Meinung abgeben. Solltest du mit Gymnetwork durchstarten wollen, so findest du auch unten im Kommentarfeld unter diesem Video den Link dazu. So, das war es von mir. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, Happy Earnings und wir sehen uns sehr, sehr bald im nächsten Video. Deine Emanuele von The Selfmates. Ciao, ciao.